Ey, Double Heal ist doch witzig, ohne Scheiß, ich find das cool Wir haben zwar jetzt nicht wirklich einen Tank, aber, ja Okay Was haben die? Was ist ein Zagara? Das ist doch auch so ein Unterstützer-Gedöns, oder? Hey, Spezi Spezi, okay So gesehen haben die auch eine Lucio, als Heal Genau Dafür haben die halt noch einen Spezi-Station-Unterstützer Ja gut, das heißt, ich geh auf Heal, aber ich geh halt auch ein bisschen auf Attack-Damage Ja gut, Attack-Speed, ein bisschen Damage, passt Ja, wir haben noch gucken, Bewegungsgeschwindigkeit, Heal Und eine Attack-Speed, das krieg ich wahrscheinlich auch noch einen Hut Halt euch auf die Schlacht vor, Sterbliche Schweigen ist Gold Der Kampf beginnt in... 10 Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 Das Gemetzel beginnt So Die Götter sind in allem und jedem 4, 3, 2, 2, 1 Uff Ja! Ich schreibe mich auf eine erneutliche Brücke Eure Kraft lasst euch entstehen! Die Schlacht steht bevor! Valla ist fast tot gewesen, Alter. Ich bin mit Zagara am Essen? Ich weiß gar nicht. Ich komme kurz zu dir runter. Ich kann leider mit nix die Creeps aufdecken. Meine E10 knifft. Wo ist mein Dieter? Warte. Achtung! 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 Vieles an! Da drinnen können wir nur verlieren, wenn wir uns in die Zange nehmen. Die Götter gewähren mir ihre Gunsten. Aber solange wir die hier unten... Ah, jetzt sind sie zurückgezogen. Wir switchen jetzt nach oben. Ja, das haben wir gleich. Ich dachte, solange die drei... Ah ne, ne, in der Mitte sind die noch. Oh Gott, ist der... Solange die noch brawlen wollen, vier noch in der Mitte, ne? Sollen sie doch. Na ja, sollen sie. Ich kann hier alles ausschalten. Wir haben keine XP verloren, weil wir beide waren ja noch auf der Land. Oh no. Ich hab auch gewonnen. Ich komm sicher. Okay, in der Mitte haben wir ein bisschen XP nachgelassen. Aber dann holen wir ja jetzt wieder raus. So, sollen wir nach unten wieder? Ja, oder? Ich weiß nicht, wie sieht's denn oben aus? Ich glaube, oben können dann nicht viele reisen, ne? Wenn alle da sind. Ja, lass unten die Camps. Ah, ich hol unten die... Die paar Minions. Fangst du mit dem Camp an, oder? Ja, ja, mach ruhig. Mach ruhig. Mach die Minions. Ich farm die kurz ab. Ich brauch's Camp. Werden wir alle gesehen? Das ist jetzt blöd. Oben könnte ich vielleicht Stacks farmen, aber egal. Brauchst du mich beim Camp? Nö. Das Camp ist schon fertig. Ah, ich hab's nicht gesehen. Komm, sorry. Ich hab oben geguckt. Ah! Ist das mal Antwort hier. Du musst dich verk river an, oder? Und das ist Scary, oder? Correct? Gibt's die jetzt? Ja, ne, ne, ne. Ah, hätt ich das gewusst, dass die Nate trifft, alter, wenn ich glaub nicht hab. Ah, schade, ich wollte ja noch die Bubble drücken. Ja, ne, 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 ne. Ah, die wille. Ja, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Vorwärtsbestraffer, legt die hohen Himmel mit eurer Arkanen wach in Schutt und Asche. Nein, ich komme da ran! Ah! Dammit! Der ist so schnell und meine E so langsam! Ja? Doch bitte! Nein! Loll, der hat voll daneben geböllert! Okay, shit! Gut, aber wir sind ein ganzes Level verandert worden! Also... Die sind so low! Oh! Ja, ja, ich kann es aber nicht riskieren! Ja, nee, mach es nicht! Das ist... Shit! Ja, ich war schon draußen! Ich war schon draußen! Und dann wurde ich doch greedy! Ich habe gesehen, mir fehlen nur noch 20 Stacks! Ich dachte, das schaffe ich! Ja, ich habe jetzt meine Einsicht-Stacks grad voll! Ja! 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 Geht ihr runter! Geht runter! Geht runter! Geht runter! Mach das Solo! Wo ist mein Widersacher? Der Schall, aktiviert ihn jetzt! Wir werden die Himmel in den Achter schützen! Was ist mein Widersacher? Was ist mein Widersacher? Was ist mein Widersacher? Wer ist jetzt drauf geworden? Oh no! Ja, mein erster Ref! Ich hab aber auf alles eben kurz abgekriegt nachdem wir uns verpisst haben, ne? Ja warum? Aber oben drückt! Oh no! Oh no! Ja ja, mein Cam drückt! Wir haben schon die Grunten zurück! Alles gut! Hinterfällt auch! Die def nehmen wir noch nicht Cam! Okay! Okay, Ultium ist sonst verschwindet, danke Grey! Das nächste Mal was er auf mich! Ich wollte erst das Camp machen, aber das dann hätte die Minion Wave und der Keep schon nicht angegriffen! Von der VGA bis dann... Habe ich erst mich entschieden, die Wave zu machen? Ich habe trotzdem aber nicht mit euch geschwitzt! Nene, ich habe, äh, Ding, Andi gemeint, der stand neben mir, auf der Land! Ich habe das Camp drüber! So, ich gehe doch auf den Heal! Scheint ein schlechtes Sein mit der Poke kommt, diese Dame! Andi, lass bitte sie! Die Mitte! Kann man es gut anstellen! Dann kriegen wir da gut was raus! Dann kriegen wir da gut was raus! Ich gehe ohne Andruck ohne Außerbrauch nicht! Wenn ihr halt hinterher kommt, ne? Manchmal bin ich etwas schnell... Äh, das Hardcamp? Ich freue mich auf eine erneute Prüfung! Ich freue mich auf eine erneute Prüfung! Ihr werdet euch verliebt! Ja! Die Patriarchen werden erfreut sein! Eigentlich könnte man mit dem Hardcamp zumindest... Äh, oder? Ach, bin ich schon, oder? Normal schon! Wollen wir mal? Ne, mach mal, mach mal safe! Oder mach safe! Wenn jetzt eh schon das Ding da ist, ja! Kann man hinten eigentlich noch unseres machen, oder? Ja! 15 Sekunden, komm! Die Patriarchen werden erfreut sein! Laufen eh noch zwei andere Camps! Können nix machen! Ja, komm! Alter, lass die da abfangen, oder? Ja, zeig die doch gleich! Ulti ist ab! Du bist ein Bobo, Alter! Wieso denn? Die wissen doch eh, dass wir da drin sind! Ja, aber die wissen ja nicht, dass wir da vorne schon stehen! Ja! Das ist ja wurscht! Der hat schon raus... Oh, ne! Ich hab mich nicht... Ja! Dammit! Der ist weggesprungen, der mit meine Ehen nicht erwischt! Hat er gut gemacht! Oh, nice! Oh Gott! Damit hast du nicht gerettet! So! Das war's! Würde ich behaupten... Komisches Spiel lief aber ganz gut! Nice! Geht's halt? Der Jim, der Knob! Gute Morales gab, oder? Ja! Auf jeden Fall! Oh, und ich war kacke! Merk's schon! Ja! Ja, ich hab... Schon ein paar Heels zu dem gesehen! Ah, da sind die Leute wieder rausgelaufen! Der ist aber voll brainer auf K. vorbeige... Ich weiß natürlich... Vielleicht ist... Ich weiß das nicht... Vielleicht ist er in dem Kudel-Mudel einfach ein bissl zu hektisch, wisch? Ja, das kann ja immer sein, mein Gott! Wieso? Und hallo, ich bin ja gar nicht Mainheel gewesen, was willst du? Gell? Gell Kevin, sag halt, dass du Mainheel warst, oder? Na, du, einer? Jägen Enghaut! Ja, du, einer? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.